und mit den worten ding dong die hex ist tot starten wir diese folge ich gucke gerade auf die bühne die gerade abgeschossen hat weil leider muss ich mir verlauben dass schröbi schon wieder gestorben ist und zwar weil er gecraftet hat in der zwischenzeit durch so einen hässlichen bienenangriff diese war es nicht es ist aber die freundin von ihr deswegen habe ich sie getötet richtig so hallo schröbi ich bin jetzt schon fast fertig das ist mein plan jetzt oder nicht du bist ja schon weg nach hause jetzt nur halb lang hier sind ja noch sieht's hier wie saum ja die weg mal noch kurz hier sind auch noch 85 planks dg ja nur dass man hier mal klartext reden tacheles tabula rasa quasi so jetzt mach dich leer dann nehmen wir in die stadt oder was ich habe ich habe hier ich habe da ich bräuchte was zu trinken 2 t reicht und wenigkeit auch zu schnabulieren ist noch alle die wollen warum nehme ich eigentlich leder mit bräuchte nicht erklärt jeder mal die müllkiste warum du das komplette im leder übrigens um gewandelt hast ist mir ein aber okay mir auch aber ist halt im nachhinein immer schlauer ich weiß wir hätten jetzt für links brauchen können in meinem kopf aber ich wollte es nicht laut sagen 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 wir mal in welche richtung wir wissen ja du warst doch gerade an der stadt ja ja ich sagte das jetzt noch wollte die ganze richtung zwei strich west-nord zwei strich west-nord zwei strich neben ist ja richtung nord okay dann los du bist du da bist da ich bin da you are hinter mir eigentlich hätte man die shit nein wir hätten die sachen mit nehmen können für eine schrotze oh der fang wie nicht hier so ein hund ich bin auf weg mit meiner will ist es nicht durch ich hab durch ihn durchgeschossen oh gott das ist ein hund das rechts von uns ich wissen wir sollten wir jetzt 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 sollten wir klären hier ja warte was wird man nicht hier kannst du natürlich hörst du den hund ja können und ich hab auch nichts anderes dabei außer die schrotze ja nee ist klar ja vielleicht mal kurz lüten gehöre den hund aber jetzt sehen ich die sind da die der hund ist richtung biene die jetzt auch auf uns zukommt, schon wieder. Ja, aber das sind ja miese Lecks heute, ne? Hab sie tatsächlich getroffen. Danke. Da hinten ist er. Wer hat gesehen? Aber nicht, nicht so. Gab sie getroffen, wie immer? Halt, Rinder! Ja. Die stand bei mir gerade 20 Meter weit weg. Ja, okay, bei mir. Scheiße. Bei mir war sie genau vor dir. Liegt das jetzt an meinem Rechner? Nee, wahrscheinlich an meinem. Okay. Gut, dann komm ich mal unbewaffnet, hä? Ja, noch ist nisch los, ja. Hä? Hinter dir ist gerade ein Hund. Danke, Hand. Quatsch. Ja. Er geht heute aber echt ein bisschen langsam. Der Hund. Nee. Das Spiel. Ah, ich seh ihn. Mann, ey. Na gut. Wenn es 60 fällen ist, wollen wir uns auch nicht beschweren. Hä? Gibt Schlimmere. Nicht wirklich! Und kack. Samstag, ey. Nach dem Umzug wollte ich hier schön ein paar Zumbis töten. Hä? Hä? Oh, Mann, ey. Okay, ich hab eben mal Grain Alkohol aus der Lady geholt. Also ich hätte meine Wegzieherung. Wenn das die Überreste der nicht vorhandenen Horne gewesen sein oder sein? Also Spucker und Hund ist eigentlich Indiz dafür, ne? Eher selten, ja. Ja, komm. Lass mal weiterlofen. Die ist total aggressiv, die Biene. Die haut da in die Luft. Ja, schau mal, ey. Sei fröhlich am Zombieschnitzel. Hast du alles? Ey, ich hab alles, ja. Hier sind echt Lecks unterwegs, ey. Also Leggy Leck. Leggy Lecksen? Mein lieber Freund. Ich hoffe, das zieht sich jetzt hier nicht und... Dass das jetzt nicht zur Gewohnheit wird, meinst du? Ja, quasi, ja. Ah, jetzt noch ein bisschen Kohle. Ja, komm. Ja, ja, komm. Wenn ich jetzt sagen, was ich zu tun habe, oder was? Komm jetzt, jetzt. Ich bin doch da. Hä? Hier irgendwo gerade richtig aus, ne? Ja, jetzt will ich jetzt von mir nicht sagen, aber... Komm. Das ist alles. Komm jetzt. Ja, ist sehr gut. Du sollst jetzt kommen. Verdammt. Ich muss jetzt eins kurz mal hier... ...nen Kaffee trinken, sonst würde das ja nicht. Und das ist nicht Wellness. Das kann man nicht mehr fallen. Wie sieht es eigentlich bei mir aus? Das sage ich dir nicht. Na, wie viel ist es denn? Stabile 80. Na ja, eigentlich ist es 79, aber... Ich mach keiner Infos. Auf, aufgerundet. Und die würde ich auch nicht eingeschmissen. Na ja, den einen Pfeil... Na ja, ich will mal nicht sagen. Ein Kill. Äh, genau. Achtung, hier ist das Ende. Äh, äh. Ne, wir gehen hier links. Hm? Na, du machst den Anführer. Na, da vorne ist die Straße. Ey. Ja? Müssen danach unbedingt irgendwie mal kurz mal neu starten. Für die Montagsfolge. Ja, okay. Äh. Ist nicht feierlich. Also... Ist schlimm, ja? Komisch. Ja, doch. Für mich schon. Also, Marins, du neben mir, dann bist du wieder... Vielleicht sollten wir auch jetzt... Da dein Rechner der bessere ist und meiner ja aufnimmt. Äh, langfristig das andersrum machen. Ja gut, können wir ja beim nächsten Mal gerne machen. Ja. Ja, ja, klar. Jetzt nicht mehr. Jetzt mittendrin macht das halt nicht. Selbstverständlich nicht. Selbst verfreilich. Aber... Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Gerade warst du hinter mir. Jetzt bist du wieder vor mir. Moment. Ja. Kann ja weit werden. Ähm. Wo war die Tag 14 Horde? Ja. Leute. Also, frag mich, ne? Ich weiß es nicht. Ich meine, kommt mir ja entgegen, ne? Dass da jetzt nicht gleich irgendwie der Zombie-Invasion war. Aber... Wie heißt denn, Loic, eigentlich immer noch Seven Days? Und nicht, äh... Sind nicht... Brau dir ein Haus. Minecraft. Jeder heißt selbst der Nächste? Äh... Ja. Na ja, so ein Stück weit, ne? Stück weit. Du beschützt mich. Beschütze dich nicht und du beschützt mich nicht. Ja, das ist schon drin. Dann geht ins Haus weiter. Wir machen schön nach der Reihe Cycles mal, ne? Wir versuchen es zumindest, ja. Ja. Dann geht ins Haus weiter. So, Kautschneider und so'n Blödsinn nehmen wir nicht mit, ne? Ne. Oder? Nein. Machen wir nicht. Man ist auch nicht gut für die Umwelt immer in die Couch verbrennen. Hm, genau. Umwelt. Umwelt? Oh, dicker Fernseher. So, eher mein Ding. Hauptsache ein dicker Fernseher in der Bude. So, das ist ja dann auch... Ne, doch nicht. Immer diese Tresore. Ella. Ja. Rurchbar. Rurchbar. Äh, Munition für die Pistole gefunden. Oh, geil. Wenigstens du. Munition für die Pistole. Sehr gut. Blueberry Pie. Äh, es stand übrigens in den Kommentaren, wo haben wir eigentlich unser Wasser her? Ja. Aber im Endeffekt... Unser Wasser? Ja. Äh, haben wir das noch aus dem Anfang so'n bisschen? Wollen wir das mal heben? Ne, du hattest doch zwischendrin... Heik noch mal Wasser geholt? Ich bin der Meinung. So, ich zeig hier Dings. Tatsächlich? Ehrlich, ich weiß es nicht. Was denn? Jeder, also selbst die, die nach Eisen aussehen, die Wasserhähne, selbst die machen Brass. Ja, super. Kann man immer mal wieder mitnehmen. Muss man sich jetzt aber auch merken, ne? Ist auch wieder schwierig. Ja, ist wieder neu. Wieder neu. Alles neu macht er mal. Alles neu macht er mal. So. Ganz neu. Können wir wieder R drücken? Ach, hier war ich drin, ne? Na denn. Was ist los? Was ist mit dir los? Ein ganz neu. Achso, na dann lass dir Zeit. Ach, ich. Danke. Vorne rin, hinten wieder raus. So macht man es. Geil. Schwierig. Watt denn? Watt ist denn da schwierig? Alles schwierig bei dir. Ach so, was ist denn jetzt mit Gas Can? Nehmen wir die mit? Ja klar. Nein. Logisch. Logisch. Erstmal repairen hier. Erstmal wieder rausschmeißen. Können wir fast eine neue Fire X machen. Mittlerweile bin ich ein Level 21 vielleicht sogar? Ne, 20. Würde Zeit fallen, ja. Bei mir. Aber, aber auch mal, dass man mir ein bisschen Neut Werkzeug herstellt. Ja. Sag mal hier, pure Pickaxe und pure Fire X. Äh, ja, ja. Nicht das Gelbe vom Ei, ne? He, 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 ne, das ist das Orangene vom Ei. Schwierig. Bamm Schottgang. Ach, ich wollte mich gerade freuen. Und das ist doch nur 10 Millimeter Bulletschematik. Nein, ich habe das Geld. Oh, oh, oh. Oh, 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 was? Der Dirk, oh Gott. Leute, 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 na, 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 na habt ihr jetzt aber auf ein bisschen. Da geht euch bis in die Tschüssi jetzt. Die Muffe, ne? Da ist die Muffe mit euch durchgegangen. Und alle nur, ne, 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 Fleischer, wusste man schon. Noch bevor du das... Ah, mit Karn und wirst du Scrappern. Oh, no. Von Anfang an wartet klar. das klar. Minibikes for Dummies, sag ich nochmal, hier. Also kann ich das ja schon... Schröber? Was denn? Wenn ich ein Minibike kann? Ja? Was fehlt uns noch für ein Minibike? Äh, der Rahmen? Der baut man. Äh, ich weiß es nicht. Reifen hast du, ähm... Motorharmig? Oh Gott. Die bist du auch schon drin? Ey, du bist ja richtig fast unterwegs, oder? Naja, Minibike Seat. Den kann ich, den baue ich. Minibike Chassis kann ich bauen. Handlebars. Handlebars ist das Einzige. Handlebars hattest du auch gelernt. Ich hab Handlebars gelernt? Ja, hast du. Oder bringt das jetzt auch wieder durcheinander? Ich kann. Jetzt muss ich hier schon aufpassen. Wir brauchen Duct Tape und Glue. Okay. Da war ein Moped, Mann. Geht los. Ich hab alles. Ist ich hier? Ja, hundertprozentig. Okay. Duct Tape. Nö. Uhu. Uhu. Wie so ein Geistesblitz kam er mir gerade geschossen. Krass. So war. Ja, einfach mal so nebenbei. Äh. Und keiner sagt hat. Keiner sagt hat. Kein Soferhallen, ne. Äh. Irgendwo ist ein Hund. Ja. Welche auch. Äh. Hier läuft eine Horde durch. Also. Okay. Ich bin und detected. Oh ja. Ne. Das ist die Hunde. Oh. Ich sehe sie. Das ist eine Hundehorde. Alter. Da sind es viele Hunde. Okay. Wir sind Richtung Südosten. Einer kommt zurück. Einer kommt zurück. Ey, ich kann hier nichts setzen. Ich kann hier. Schrober. Einer kommt zurück. Ja. Jetzt bei dir, ne? Ja. Mann. Alles gut? Ich habe einen Hund im Keller. Shit. Oh, der liegt hier noch. Alles gut. Ja? Alles gut noch Einer. Doch, nicht gut. Gut. Ich sterbe. Bin tot. Scheiße. Ey, bin ich viermal stammt. Mir sind zwei Hunde drin jetzt gerade. Im Keller. Und mit den Lecks. Sorry, aber. Keine Chance. Und der Einer hat es noch ersat. Ich freue mich auf die Hundehorde. Das muss ich mir wegwarten. Ich bin wieder zu Hause. Einer hat es wieder weggerannt jetzt. Jetzt sind wir noch Einer im Keller. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Boah, Alter. Ich kriege hier nicht mehr irgendwas auf. So schlimm, ja? Ja, relativ schlimm. Ah, wenn nicht, müssen wir diese Folge verkürzen. Und... Und mal neu starten. Boah, jetzt hat er gerade aber alle zu. Aha. Aber bei mir hält es sich natürlich in Grenzen. Problem. Nee, bei mir auch nicht. Na ja, klar. Ja. Ist das da mit dem Internet irgendwie licht? Aber macht ja nicht wenig Sinn, oder? Ja, ihr guckt ja auch über Kabel, ne? Ja. Weiß ich nicht, natürlich. Anja wird fern, äh... Eine Frau wird fern... Wow, 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 wow! Äh, tschuldigung, will ich mal kurz? Alles gut. Alles gut. Drei Schuss. Ich habe noch zwei Schuss. Moiken jetzt hier zu Hause. Moiken jetzt hier. Drei Schuss und mehrere Hunde. Ah, ah, ah. Oh, ich habe eine Mine. Ich habe zwei Mine. Ja, komm, mein Kleiner, komm. Wo bin ich denn? Na, komm her. Na, komm. Das wird das letzte Mal... Oh, ich bin angecheckt. Alter, Mann. Hm. Das wäre natürlich jetzt schade. Was wäre jetzt schade? Na ja, ich würde jetzt hier abbrechen, weil das ist echt gerade ein bisschen sehr spannend. Ja, mach doch weiter. Das ist kein Problem. Ich bin quasi auf dem Weg. Oh, Mann, ey. Die Hunde sind da raus auch aus deinem... Ja, toll, super. Aus dem Häuschen. Ja, rein informativ, sag ich jetzt mal. Dankeschön. Bitte. Gerne. Gern geschehen. Gern geschehen. Oh, steht hier ein Bär mitten auf der Straße. Nein, er fehlt. Was ist mir gerade noch er fehlt, Kollege? Mann, ey. Ärgerlich, sowas. Ärgerlich. Ne? Geht euch das so, wenn ihr sterbt? Was sagt ihr denn immer so? Brüllt ihr durchs komplette Haus? Oder sagt ihr immer so, ach, naja... Ja, das ist echt eine gute Frage, ja. Was sagen die Leute? Wenn sie sterben, wie sehr nimmt es mit? Na. Ich kotze jetzt gerade richtig an, aber gut. Ja, gut, jetzt ist es bei dir natürlich auch so. Wenn ich das erste Mal. Das ist jetzt gerade so ein bisschen durchzieht, ne? Gerade jetzt in dieser Aufnahmesession, aber wir wollen jetzt auch nicht... Das muss ja nicht sein. Armei Cup hat für Operationen Wellen ist am Start. Super. Das freut mich. Das freut mich. Ich werde in Zukunft für das Aufbauen hier. Maximinian. Nein, definitiv nicht. Die Leute schreiben, das bleibt schon mal spielt immer mehr mit Vinyas. Was soll das heißen? Das verstehe ich eigentlich so nicht. Ich hatte gerade einen Fehler. Null Referenz oder was? Ja, ja, irgendwas schämt. Den hatte ich auch schon mal zum Anfang der Aufnahme. Also bei der allerersten Folge. Komische Sache. Komisch. Komische Sache. Ich wollte das an die. Mit Würmchen drin. Irgendwie schon, ja. Ich gehst auch nicht wahr. Ich bin auf dem Weg, ne? Also... Bist du auf dem Weg oder bist du da? Ich bin auf dem Weg. Bin richtig auf dem Weg. Bin quasi gleich da. Ich mach gerade den Pillen-Shop leer. Aber das ist als Leichtzeit. Als bitte was? Als Leichtzeit. Oh Mann, ey. Dann ist ein Lied von Rammstein. Entschuldige bitte. Leichtzeit? Leichtzeit, ja. Ja, okay, schön. Ja, das ist nicht deine Ecke, ich weiß. Hab ich vorhin gehört, auf dem Weg vom... Äh, von dir zu mir. Es ist Leichtzeit. So ungefähr, ja. So, kann ich dir das vorstellen. Genau so. Warte. Hast du mich eigentlich mal, 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 ihr Dingst hier? Äh, ich hab hier gerade noch nicht gehört. Muss ja jetzt kurz mal weg. Ach du Scheiße. Warte, ich... Ich ding's dich gleich, was auch immer du mir sagen möchtest. Ah, du wirst schon ganz genau, was ich meine. Ich bin ganz genau, was du meinst. Puh. Puh. Schwierig. Ganz. Ganz. Also der Pillen-Shop war echt gut. Den hätten wir... Ehrlich gesagt, hätten wir den gleich looten müssen. Okay. Dann hätte das unter Umständen nicht, äh, dieses Ende nehmen müssen. Weil das echt Hüterkram sind. Super. Ja. Guck ich mir alles später an. Ah. Wir brauchen Rezepte, Mann. Wir brauchen mehr Rezepte. Was, boah. Was, boah. Ja, 9mm. Ja, 9mm. Werd echt gewesen, ey. 9mm wär... Ja, 9mm wär... Werd echt gewesen, ey. Super wichtig, ey. Ich versuche jetzt, den selben Keller nochmal zu machen. Da ist wieder nur ein Safe drin. Und ein totes Persönchen. Rechts sind nur... Munition wieder für... Pistole. 29 Schuss haben wir jetzt. Schön. Das ist gut. Und ein ganz Safe. Und los geht's. Ich bin bei drei Antibiotika mittlerweile. Stimmt das? Ja, stimmt. Wenn ihr in irgendeiner Haus sollt. Keine Ahnung wo. Du siehst mich auf der Karte, ne? Äh, unter Umständen. Wir werden jetzt diese Folge aber hier gleich ab... sagen. Abbrechen? Abbrechen. Äh, es ist soweit. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr sagt, hey. Hält doch mal schlurig an. Dann muss ich euch sagen, wie? Wie? Wie ist das? Was? Nein, nicht. Hält schlurig an. Hält schlurig an. Hält schlurig an. Wart mir nicht helfen. Wiss, wo der Fehler ist. 30 Zentimeter Formen. Ja, genau. Das ist immer so ein typischer EDV-Auspruch. Hä? Der Fehler sitzt immer vorm PC. So, ja. So, hätten mit den Worten sagen wir jetzt ja herzlichen Dank für zuschauen. Lass uns da runter. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Schrotz raus. Oder in meinem Fall. Ich hab'n Hund hier drin. Ich hab'n Hund. Äh, verdammten. Ich hab' nur noch einen Schuss. Schrober, kannst du mich tracken? Bitte, 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 bitte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.